In einem neuen Song von Pietro Lombardi sollen melancholische Zeilen über seine Ex-Frau Sarah Engels zu finden sein. Dies führte angeblich zu einer Beziehungskrise mit seiner Verlobten Laura Maria Reiper. Laura Maria Reiper fassungslos Pietro Lombardi schreibt Lied für Sarah Engels. Die Aufregung war groß, als Laura Maria Reiper, 27, am 5. Dezember kryptische Zeilen in ihrer Instagram-Story teilte, und sowohl ihrem Verlobten Pietro Lombardi als auch dessen Ex-Frau Sarah Engels, beide 31, entfolgte. Als sie dann auch noch angab, niemandem folgen zu wollen, der Unruhe stiftet und dass sie sich in den vergangenen Jahren zu einem bestimmten Thema stets zurückgehalten habe, obwohl ich Grund genug dazu hatte, etwas zu sagen, brodelte die Gerüchte Küche. Was war zwischen ihr, Pietro und Sarah nur vorgefallen? Nun soll die Bild erfahren haben, wieso der Haussegen plötzlich schief hing. Ein neuer Song des DSDS-Gewinners hatte angeblich eine heftige Beziehungskrise bei Pietro und Laura ausgelöst, denn das Lied mit dem Titel »Jede Nacht« soll ziemlich melancholische Zeilen beinhaltet haben, und die waren ganz offensichtlich nicht seiner großen Liebe Laura gewidmet. So hieß es wohl in dem Songtext. Alles, was wir beide einmal waren, sind wir nicht mehr wegen dir. Und immer, wenn ich deinen Namen auf dem iPhone lese, fehlst du mir. Pietro Sarah Eine Liebe mit Höhen und Tiefen Fans von Pietro Lombardi könnten sich bereits denken, worauf diese Zeilen anspielten. Der 31-Jährige und seine Ex-Frau waren das Traumpaar der Fernsehindustrie, nachdem sie gemeinsam 2011 im DSDS-Finale standen. Fünf Jahre lang waren sie ein Paar, drei Jahre davon sogar verheiratet. Ihre Liebe wurde vor große Herausforderungen gestellt, als ihr gemeinsamer Sohn Alessio, 8, im Jahr 2015 mit einem Herzfehler geboren wurde, doch dieser Schicksalsschlag machte das Paar nur stärker. Bis im Oktober 2016 plötzlich Fremdgehgerüchte laut wurden, Sarah soll ihren Pietro mit einem anderen Mann betrogen haben, wie pikante Aufnahmen der Sängerin bewiesen. Es kam zu einem heftigen Rosenkrieg. Bei einem Streit der beiden wurde sogar die Polizei gerufen, Sarah erstattete eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihren Ex. Ein anderes Mal filmte die Brünette den TV-Star, als er ihr wüste Beschimpfungen an den Kopf warf, wie Ich schwöre bei Gott, ich ficke dich richtig, dass die Zeilen aus seinem neuen Song für Sarah Engels gedacht sein könnten, lag damit auf der Hand. Wann jede Nacht erscheinen sollte und ob der Release des Songs nach der Fast-Trennung von Laura überhaupt noch stattfinden würde, verriet die Quelle der Zeitung offenbar nicht. Glücklicherweise konnte sich das Pärchen aber wieder vertragen. Während Pietro Lombardi kein großes Ding aus dem Lied machen wollte, soll er seine Verlobte mit den Worten allerdings schwer verletzt haben. Die 27-Jährige fragte sich zu Recht, liebt Pietro Sarah etwa immer noch?